ladies and gentlemen ein herzliches hallo hier aus dem winterlichen slowenien oder wie sagt man so schön dobro jutro hier aus slowenien und schaut euch diesen kachlopen an ja der ist ein highlight und den kann man auch wirklich jetzt genießen ja also der sollte eigentlich eingeheizt sein denn schaut euch dieses winter wonderland hier in slowenien an also mittlerweile komme ich mir eher wieder vor wie im westen von österreich also wie tirol es liegt überall schnee steiermark slowenien also überall das gleiche hier eine großzügige küche und ja da sind einiges an zimmern und auch ein badezimmer so jetzt zeige ich euch noch eines der highlights von diesem wohnhaus nämlich diesen tollen raum schaut euch das an der ist einfach ein hit wunderbar als galerie zu nutzen oder als chill out area ja bücher bücherecke bibliothek wie auch immer hier kann man einiges draus machen und das mit diesem ausblick ja das gehört nämlich alles noch dazu bis zum weiter runter da drüben ist jerusalem ein wirklicher geheimtieb in slowenien das ist ein weinbaugebiet das man jetzt noch aufsuchen sollte solange es so idyllisch ist also schaut euch das mal an und natürlich freue ich mich auf eure kommentare auf eure likes weiterempfehlungen und besichtigungstermine ich wünsche euch ein schönes wochenende und nicht vergessen immer fit your life ja